Diesen Burger kennen wahrscheinlich fast alle und ich habe versucht, den so gut wie möglich nachzumachen. Das Fleisch vom Cheeseburger ist relativ dünn, deshalb habe ich das erstmal ausgebreitet und dann mit einer Schüssel wie ein Keks ausgestochen. Das Fleisch sollte vor dem Braten größer als das Brot sein, weil wie man hier sieht, zieht es sich sehr krass zusammen. Auf das Fleisch kommt noch Salz, dann können wir es wenden und obendrauf eine Scheibe Käse machen. Das kommt dann auch direkt raus, damit der Käse nicht zu krass schmilzt und ähnlich wie das Original aussieht. Wir müssen das belegen, indem wir auf die untere Hälfte direkt das Fleisch mit dem Käse drauf machen und auf die obere Hälfte kommt Senf, Ketchup, eine Gewürzgurkenscheibe und Zwiebeln. Wenn wir das jetzt zusammenklappen, haben wir einen Cheeseburger. Sieht nicht 1 zu 1 so aus, aber schmeckt zu wild.